übrigens man lernt ja auch nie aus also ich habe ja schon gestern abend das video aus italien hochgeladen ist ganz gut geworden aber im laufe des tages habe ich dann heute gesehen das eine oder andere jetzt vielleicht besser machen können und ja vielleicht sollte man einfach sein footage mal ruhen lassen ein zwei drei tage noch mal anschauen langsam anfangen und meistens kommt dann besseres ergebnis raus ich habe oben es wäre super klasse noch mal einen link oder da dazu gemacht damit man das erste video sehen kann jetzt kommt das zweite video und es wäre super schön wenn ihr unten kommentare reinsetzen könnt und ihr vielleicht sagt du erstes ist besser oder das zweite ist besser übrigens ich habe auch dieses teil hier das ronin s von dji für die aufnahmen genutzt mir tut immer noch der bizeps weh das ding ist so heavy schwer also viel spaß und nicht vergessen abonniert meinen kanal denn da kommen noch richtig viele coole neue videos in zukunft danke ciao bis 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 zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.